herzlich willkommen liebe leute zu fifa 3er 20 und der battle ist im start und bayern und ist im start wolfhus ist im start city ist im start und part 36 ist am start also ich muss ihr wisst leute ich brauche nur zwei siege ob nur vier spiele um aufzusteigen super dazwischen gegangen da haben sie den ball wieder also hier haben wir die aufstellung von manchester city ederson heißt der torhüter einmalig laporte spielt mit ruben diaz in der abwehr kevin de bräune steht mit riyad mares auf den flügel positionen und im sturm ist er legen carlard also ich habe zum tun die bayern also heute an im tor ist manuel neuer joao cancelo spielt mit alfonso davis in der abwehr kingsley comand steht neben leero sané auf dem flügel und ganz vorne starten sie heute nur mit der rote der der von manuel neuer war das war eine hochkarätige chance ich habe gerade Peter Fox gehört so geil der bräune von diesen equal aus die der 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 direkt zum gegner schauen wir uns mal an wer denn so die schlüsselspieler werden könnten heute da fällt mir natürlich insbesondere er ist ein extrem athletischer spieler kann sein körper gut einsetzt ist nicht wirklich leicht vom ball zu trennen man für neuer das ding müssen sie machen es bleibt bei 0 0 und ich glaube da wird der trainer unzufrieden sein ja ich glaube auf jeden fall ganz energischer einsatz guretzka ball ist bei guretzka aufbau aber sie ziehen clever ihr spiel auch vielleicht gelingt jetzt muss man probieren der steht gut wir sehen das frühe pressing und kevin de bräune vielleicht dieтировung es tas da gibt er freistoß gute möglichkeiten Das muss es doch sein. Ball bleibt hängen, Angriff erst mal zu Ende. Ederson hält. Auch hier steht der Goldwegweg, er kann den Schuss blocken. Leon Goretzka. Ja geht ja. Die Bayern, der Ball im Tor. Komm die Bayern, die Bayern. Schauen wir mal, wie sie jetzt auf diesen Rückschlag reagieren. Wie, glaube ich, heißt der Song vom Peter Fox. Wie war es oder so. Oder und wie oder so. Ist jetzt derzeit, also wo ich jetzt gerade aufnehme, ist es neu hochgegangen worden. Jetzt wisst ihr, wann ich die Videos aufnehme. Gutes Take-Ming. Wisst ihr? Merkst du selber, wa? Mane. Mane, oh. Mane, 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 a da 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 da. Sané. Und zurück zu Mane. Ballverlust durch Bernardo. Oben. Der Keeper jetzt mit dem Ball. Jetzt wird's gefährlich. Kevin de Bruyne. Super von Neuer. Er hält den Ball. Der Neuer ist auch krank im Tor, oder? Der Neuer ist auch krank im Tor, oder? Ball ist bei Bernardo Silva. Rodrigo. Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Das macht er gut. Ja. Da hat nicht viel gefehlt. Die Idee war gut. Schöner Lupfer. Und dann waren's nur Zentimeter, die fehlen. Dann war's. Mane ist das. Goretzka. Schöner. Jetzt der Ballverlust. gleiches pause in diesem spiel in dem die gäste hier im moment knapp vorne liegen bis lang dürfen die bayern zufrieden sein das ist alles sehr vielversprechend aber noch sind sie nicht durch das kann alles noch kippen sie müssen auf der hut bleiben könnte konter geben war läuft jetzt gut bei manchester city aber dann machen sie doch den fehler und verlieren den ball so eine minute kriegen wir hier oben drauf wir wollen wir haben alles mit dem ball ist das der ausgleich parade neuer immer noch gefährlich sie machen im zweiten anlauf erst die klasse parade aber szene und dann schlagen sie doch noch zu und das war das ende der ersten 45 minuten ich brauche sowieso 20 also ist also oben bleibe ich habe in der liga aber wir nachher schön spielst du sehr schön machst du das aber jetzt ist die gefahr bereinigt ball ist weg kann man bayern kann man bayern die über den flügel oder die Das ist sicher. das überrascht mich dann doch ja das muss man ganz deutlich sagen das ist eine Fehlentscheidung das war mindestens Geld da 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 nee das wird nix da ist der Ball hier erstmal weg und jetzt Müller das könnte es sein für ihn, dass es gefährlich wird Bernardo Silva Mares die Chance für Haaland neuer Held war noch im Spiel erst diese Riesenparade und dann ohne große Mühe er hat den Ball hat er wieder gezeigt was er drauf hat Rückhalt für die Mannschaft auf ihn ist Verlass ja das war so wichtig dieser Ball hätte richtig okay und dann ist der Ball doch weg macht die Abwehr gut oh 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 jetzt können Sie die Führung erhöhen diesen Herr Peter lassen Sie sich nicht nehmen besser ist jetzt nicht sprungen 3 1 heißt es also jetzt three eins heißt es also jetzt 3 1 heißt es also jetzt Guck an mein druck doch meine nerven und wir haben einen neuen spielstand 4 zu 1 Gutes Technik mmhm mhm oh oh da 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 total 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 er wird hat es erledigt da 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 baum 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 ja kommt er setzt sich durch und dann lässt er sich das nicht nehmen wenn er aus so kurzer distanz zum abschluss kommt er macht da der da ist der bräune hervorragend dazwischen gegangen das war wichtig und die letzten zehn minuten sind angebrochen ball ist weg jetzt thomas müller die riesengroße was schon überraschend bisher waren sie ja noch nicht so gut drin in dieser partie aber da müssen sie jetzt dranbleiben sich weitere chancen erspielen dann kann das noch was werden beeindruckend sie haben es bringt auch nichts weil wir im spiel statt also k da 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 hier ist noch alles drin fünf minuten sind auch zu gehen aller Land. Sehr gutes Technik, das war wichtig. Und jetzt der Bräune. Da kommt der Pass, aber gut aufgepasst. Mané. Ah, da wäre jetzt Platz. Er versucht... Na geht ja eh, Arschloch, du Clown. Ich muss sowieso jetzt gewinnen von den vier Spielen zwei. Also, X hilft mir ihnen. Weil dann brauche ich ja drei Unentschieden. Das ist eh dann scheißegal. Nur noch der Topf aus dem Tor. Äh, 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 äh. Das ist heute... Das ist heute... Er braucht sein letztes Tor. Klasse. Sage und schreibe, neun Tore sind es jetzt. Also bisher. Sechs zu drei steht's. Den Ball holt er gut verteidigt. Äh, 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 äh. Ria Perez. Das ist der Schluss für die Szene. Danke liebe Leute. Für's zu sehen, bewährten Abo da haben, Kommentare bei Interesse. Tschööööö. Danke.